Hallo Leute, hier ist wieder Dexy. Und Lidfoil. Ja, wer sich fragt, warum wir... Moment, erstmal die Musik weg. Wer sich fragt, wieso wir das jetzt nochmal spielen, war auf meinen Wunsch hin. Ich habe gesagt, die andere Runde aus Unfairness zählt nicht. Weil Lidfoil das Spiel ja noch nicht kannte und somit die erste Runde für ihn mehr oder weniger nur schlecht ausgehen konnte, wenn ich Glück gehabt hätte. Und dann dachte ich mir, okay, dann machen wir es halt so. Und da er ja Killer Instinct verloren hat, beziehungsweise das andere Uni-Rallye dann gewonnen hat... Egal. Können wir jetzt einfach anfangen. Nein. Du musst den Kack hören ja sowieso. Stimmt, wieder mit der altbekannten Musik. Ich schneide dir die Eier ab. Wirklich, wirklich, wer so eine Höhle, wer so eine Höhle hat. Ich bring ihn um. Wer es mir nicht glaubt, der soll mal mit seinem Hund spazieren gehen. Wie sieht er dann, wann sein Hund weg ist? Von alleine gerissen. Ich hab ja gewonnen. Na siehste. Ich bring den Hund um. Ich bring den Erfinder um dieses Spiels. Oh, das war schon ein Fehler. Oh, das ist ein Maul. Ohne Scheiß. Wer kauft sich einen freiwillig so einen Hund? Wirklich, Leute! Naja, nicht jeder Hund macht solche Geräusche. Tja, soviel dazu. Boah, ich bring den Hund um. Das sind jetzt die Wutanfälle, die wo kommen? Jetzt hängt mein Spiel aber. Nein. Nein. Was ist denn voll zu Dantfall hier? Was ist denn los, ne? Was ist denn los, ne, Wurz? Ja. Wenn du mich so fragst. Ja, du sagst, ich will nicht. Du hast noch zur Zeit zum Überlegen. Überleg es dir genau. Warum fallen diese Scheiß-Tabletten so langsam? Ich hab's dir gewonnen. Der Hund ist mir gerade ziemlich egal. So. Bei mir kam keine Pille mehr. Ist mir egal, ich ohne dich jetzt. Ich weiß ja nicht mal, wie man ohne schreibt. Was hast du? Nein. Ich bin nix der Sache. Nein. Und damit hast du dich selbst geohnt. So. Komm schon, kann den Hund nicht irgendjemand umbringen? Ey, warum hast du auf einmal schon geil? So. So. So schaut's nämlich aus. Na gut, dann geh mal bis fünf. Ja. Dann bist du wieder, solltest du wieder beim letzten Mal. Jetzt würde ich mich hier jetzt fertig machen lassen, ich glaub's ja nicht. Pfff. Dass sie mir nicht bieten. Scheiße. So. 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 Joeủ kann man schwarzen zues wherever. Oh ja. Ich werde das in vollsten Zügen aus... äh aus kosten. Ausgemissen. Die Pille fallen so langsam ... Sei froh dass sie bei dir fallen. Zei froh dass sie bei dir fallen. Zack! Was meinst du? Sei froh dass sie bei dir fallen. Oh ja, bin ich. Toll, wie ich jetzt den misst. Ist mir egal. Zack! Ich schick dir was. Warum? Hey, danke, du hast mir so ein bisschen was weggemacht. Ey, also... Das Spiel ist schon wieder sowas von unfair. So, wieder was weg. Die ganze Sache schon nochmal an der Ecke grinte, gell? So, ist das wieder weg? Fink doch bitte diesen hier. Oder diese Melodie? Nö. Ich zahle auch einen 5, aber wenn ihr eine andere Musik wer tut... Und stell dir vorher, wie ich schon beim letzten Mal gesagt hab, dass irgendjemand auf diesen alten... ...geriffelten Karten rumreibt und keinen Hund durch die Gegend bellt. Vielleicht ist es dann ja angenehmer. Nein. Dann, das doch mal. Wieso schicke ich dir schon die ganze Zeit was? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht kannst du mir was schicken? Hm, nimm mal her damit. Vielleicht hilfst du mir damit auch mal. Na, wenn ja nur überlegen. Aaaaah! Wieso wusste ich das? So. Muss mir hier wieder alles weglöschen. Ach, ne. Du freust dich doch nur, weil's mich so nervt. Ich hab's dir beim letzten Mal schon gesagt. Oh, ja. Das kann man doch nicht anhören. Stell dir mal vor, du wärst der Hundebesitzer von dem. Ja. Wär doch toll, ein Hundsorben, der die Dr. Mario Melodie perfekt nachbellen kann. Mhm, hurra. Und weißt du was? Zum Kugel geben ist das. Ich würd die ganze Zeit vor deinem Haus rumlaufen. Scheiße, jetzt hab ich das falsch gelegt neben dir. So. Das ist so ein blödes Blau. Das ist so ein blödes Blau. Ich kann die gar nicht nutzen. Weil du psychisch plötzlich so labil bist, oder was? Das ist so ein blödes Blau. Das ist so ein blödes Blau. Ach, ne. Sei doch nicht so. Oh, nein, 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 nein. Was meinen? Ach, gar nichts. Was schickst du mir denn wieder? Na, das eine ist sogar nett. Nein! Was mach ich? Ich weiß nicht, was du machst. Mach mal übelst die Kacknis. Bitteschön. Geburtstag? Ach, so unbeschickt. Was ist denn das für ein... Aha. Geburtstag? So, jetzt müssen wir jetzt mal das... Ach du Arsch! Ich weiß nicht, was du meinst. Komm, ich will keinen Sieg, weil bei dir das Zeug oben ankommt. Bring ihn um! Wieso ist doch noch gar nicht der Hund? Ich weiß, dass er gleich kommt. Ja, und zwar... Drei, zwei, eins. Du hörst die Musik schon auswendig leer. Du kriegst gleich ein paar... Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Ich kann es echt nicht nachvollziehen. Irgendwann werde ich mich in irgendein Zimmer einsperren und diese Musik 24 Stunden am Tag abspielen. So ein schönes Zimmer mit Gummiwänden. Ja. Dann schauen wir mal, was zu mir für ein Problem haben. Das will ich garantiert keins. Aber bei dir würde ich mir Sorgen machen. Ach kacke, das Spiel hängt sich auf. Mir kommen die Pillen nie. Und wenn ich sie brauche, dann kommst du so... Ja, wenn ich wüsste, wie ich es am besten anstelle, würde ich dir ja noch ein bisschen mehr schicken. Aber... Ich habe keine Ahnung, wie man das überhaupt macht, dass man das sowas schickt. Ich glaube, da musst du... Sehr große Reihen machen oder irgendwelche Kombos oder sowas. Gutanfälle sind das falsche Wort. Was ist denn das richtige Wort? Tötungsmude. Tötungsmude. Tötungsmude? Ja. Es ist sogar noch härter. Als Tötungs... Rang da. Äh... Okay. Jo. Die Werte und Zuschauer werden sich ihren Teil dazu denken. Jo. So, aber das ist wenigstens mal ein bisschen längeres... Let's Battle. Hier komm ich auch mal kein Shit. Kein Shit! Vergiss es! Du hast verloren! Ich bekomm nur Scheiße! Warum hast denn mit der blau-roten nichts angestellt? Wie denn? Auf das andere Teil da drauf und dann boom und weg und... Yay! Hm, keiner verstanden, was du mir grad sagen wolltest. Aber okay. Ich schick dir gleich wieder was... Ach du, das hast du eh schon weggelöscht. Bei dir. Wie hast du das geschafft, das wegzulöschen ohne mir auszuschicken? Was? Ah ja, du mal noch Cheaten hier oder was? Was Cheaten? Wieso Cheaten? Du kannst mir aber was schicken, wo ich dir nichts schicken konnte, aha. Ich weiß auch nicht, wie du das fertig gekriegt hast, dass du mir nichts schicken konntest. Oh Gott, schon. Hast du dich gehört? Er hat schon wieder... Wie hat eigentlich so'n scheiniges Idee gehabt? Oh, wir benutzen bei Mario Kart eine halbtote Köhle. Halbtote Köhle? Ja, lebendig kann das vielleicht nicht mehr sein. Nicht, wenn du damit fertig bist. Oh, wir aufstechen, Alter. Hier, du kriegst auch wieder was von mir. oder, mach's bei mir eigentlich den einen Ton, bei dir den anderen? Ähhh, dänke, dass du's mir immer so geil hinlegs Girls- настоящ, Alter. Ich mach gar nicht-, das ist dieses Spiel. What the fuck ging jetzt bei dir ab? Tu, 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 tu. Es ging alles kaputt. Wenn du's machst, wirst du dein treffer! Die Geräusche sind schon interessant. Ich glaube da ist gerade die Verbindung gebrochen zu ihm. Ja, er ist weg. Aber... Offensichtlich nicht zum Hund. Mann, aber du Kackpuhn da, wenn du so ein scheiß gelbes geschickt hast. Es liegt ja nämlich jetzt genauso schön drauf und es kommt auch keine Farbe mehr, die ich brauchen kann, danke. Warum löscht nicht das Gelbe über dem Roten weg mit dem Doppelgelben? Dass du was zum Fragen hast. Ja, dann frage ich gerne nochmal, warum machst du das eigentlich nicht? Ich brauch ja zu schöne Häuser. Das ist eigentlich nicht der Sinn des Spiels. Achso, nicht? Naja, egal. Das war's. Ich wollte ja eigentlich mal auf Level 10 spielen, aber... Wenn wir die Chillermusik mal hernehmen, ja? Okay, das zählt jetzt schon nicht mehr zum Wettkampf dazu. Das ist jetzt einfach nur noch um das Video bis hier die Länge zu ziehen. Ich will das Chillermusik hören. Wohohoho. Du hast auch so ne Scheißköhle. Scheißköhle. Also das ist kein Chillen. Echt? Fühlt sich nicht abgekühlt. Das war seine Antwort. Das war's für ein Musiker. Das war's für ein Musiker. Das ist ein Musiker. Oh, siehst du. Ich weiß schon, wie du das so geil nimmst, Alter. Ebelst geil nimmst. So toll? Ja. Ja, aber nicht nur du. Alter, was geht mit der Musik ab, Alter? Das ist doch keine Chillmusik. Naja, heißt vielleicht in diesem Fall nicht das Chill, wie man es heute gewohnt ist. Ach, ich baue Mist. Mist on Mars, ja, ja. Bei der Musik kann ich mich absolut nicht konzentrieren. Ganz meinerseits. Ja, wie kommt jetzt der scheiß Hund in den Kopf, wie er Torbete spielt? Sag mal. Ohne müsste er kriege ich Kopfschmerzen langsam. Kombo. 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 Ja, es kommt im Video sicher wieder. Super. Scheiße. Schau, ich habe bemerkt, wo ich wegbauen muss. Ich kann nicht schauen. Äh, ja, bitteschön. Wie auch immer ich das gerade fertig gekriegt habe. Was ist das? Ich kann das gar nicht mehr wegbauen. Ach, das schaffst du schon irgendwie, du Sau. Wieso baue ich den falscher Raum drauf? Keine Ahnung, weißt du, wie es dir gefällt? Nein, ich fand das nicht so schön. Du, vielleicht nicht. Wie kannst du das immer machen? Dasselbe könnte ich dich fragen. Bei mir ist ganz klar, ich bin einfach nur im Lut. Kombo. Mensch. Musst du mir unbedingt alles zubehauen. Ich glaube, ich nehme es gerade zu ernst. Au. Ich habe sogar eine Ice Cream gebastelt. Was? Ja, hier. Gelb-blau, gelb-blau. Wie bereits erwähnt, kann ich nicht schauen. Kombo. Ja, genau da hin. Das ist ganz klar jetzt auf einmal. Du darfst doch nicht gewinnen. Hallo. Ach, da. Ich konnte dich weglöschen. Nein. 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 Nein! Ach, weil ich mich schon wieder verbaut habe? Und so dämlich. So selten dämlich. Ach. Hey, guck mal. Ah, nein! Ich bin so blöd! Ich verbau's heute falsch! Ja, das ist mir scheißegal. Ich habe es aufs Falsche hingelegt. Jetzt hast du verloren. Shit. Okay. Näh, näh, näh. Zurück ans... Oh Gott. Als ob ich mir das jetzt gefallen lassen würde. Scheiße, ich hab schon mal falsch hingelegt. Wie auch immer das gerade funktioniert hat. Ja, ich bin mir bei so ein paar Sachen im Unklaren. Ja, wenn es mir irgendwie eine Chance gäbe, das Ganze taktisch anzugehen, aber... Du musst mal nachdenken und... Was soll das jetzt heißen? So war das jetzt auch nicht gemeint. Ach so, bei dir nicht? Hm, ne, das ist jetzt nicht so mein primäres Problem. Ich verstehe natürlich, was du meinst. Klar. Zwischen habe ich einfach nur so verdammtes Glück. Da war nur ne Gebett. Oh Gott, wie schlimm. Also ich habe hier gerade wichtigere Probleme. Die Jacksköhle verfolgt mich. Hey, cool, wie hab ich das gemacht? Keine Ahnung. Vielleicht mit der geilen Komme, die ich gerade geschaffen habe. Am meisten kotzt mich halt an, dass ich während dieser Zeit, äh, während die fallen, gar nichts tun würde. Ja, genau. Das stört mich, um ehrlich zu sein, ziemlich. Nein, wie blöd bin ich? Pff, hab ich mir auch gerade gedacht. Also, über mich. Wir gleich wie wir uns sind. Wunderbar. Nein. Ach Gott, ich bin so ein Post. Was, Schlemme? Nein. Ähm, Horst Günther? Pff, nein. Ja, auch Günther. Ist schön für die. Mir fallen hier nicht an. Nein! Ich hab's bis der Rüber geschafft und dann hab ich sich leider noch falsch gesagt. Du hast mein Beileid, ich schick's dir später mit einer Postkarte. Okay, danke. Aber das schick... Du brauchst mal oder später. Entscheide ich mich doch für letzteres. So, Combo. Ja, genau, ich wusste es. Genau, genau da in das Loch. Danke. Danke. Was soll ich denn sagen? Ich hab hier einen Turm, der mich demnächst töten wird. Ja, cool. Wie das denn? Weil ich gut bin. Ich töte den Turm, weil du gut bist? Gemeiner Turm. Ja, der Turm hat was gegen mich, weißt... Und? 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 Ja! Genau da! Genau da hin! Ich wusste es! Das ist keine Ahnung, wie ich hier gerade am Kämpfen bin. Guck mal, ich steuere. 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 Turm wieder geschrumpft. Geschrumpft aber noch nicht weg. Ah, scheiße, ich weiß nicht, wohin wo den Pillen... Nein! Und der Turm ist wieder errichtet. Scheiße, ja. Ja, ich verrichte. Äh, äh. Das glaube ich weniger. Zack. Der Spielprinzip ist eigentlich soo simpel. So. Du verbaust mir nur immer alles. Schöne... Weißt du halt fürs Leben dieses Spiel, oder? Ah, ja. Nein! Äh. So war es gar nicht geplant, aber... Danke, Spiel. Als ich mich frage, da oben ist ein riesiger Turm. Wie bekomme ich den wieder weg? Du, das Problem hatte ich jetzt drei... Oder vielleicht sogar viermal. Als ich mir die ganze Zeit den Turm abgebaut habe und wieder aufgebaut habe. Äh. Schön. Ich mach einen Turm weg, der nächste Turm kommt wieder. Danke, irgendwie. Dank mir? Ja, so ungefähr. Oh, scheiße. Nein! Nein! Setz doch die Pillen nicht gleich hin. Ich will die vielleicht noch drehen. Nein! Ganz ehrlich, die andere Musik... Klang wenigstens noch fröhlicher. Ja, aber bei der Musik kann ich mich ganz besser konzentrieren, finde ich. Du dich besser, ich mich schlechter. Wie man hier sieht. Nö, 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 nö. Ja. Ach komm schon. Ja. Ja. Schau dir das an, da ist ein geiler Turm, oder? Vor allem, weil die eine Pille so schön halb abgeschnitten ist. Ja, genau, deswegen, ja. Nächste Runde. Eieiei. Schau, blickst du da eigentlich noch durch? Durchblicken? Ach so, soll ich mal durchblicken? Du verlangst da ganz schöne Utopien von mir. Was willst du von mir? Aha. Genau das. Na, schönes Päckchen gekriegt. Nein, die Pillen fallen nicht mehr so schnell. Ja, ist mir auch aufgefallen. Ah. So, kriegst gleich wieder ein Päckchen. Ja, toll, danke. Natürlich dahin, wo ich es am meisten brauchen kann. Du, ich krieg deine Päckchen auch einmal genau dahin, wo ich sie am allerbesten brauchen kann. Dann freu dich doch. Hehehe. Siehst du, ich hab mich gefreut, zumindest hab ich's versucht. Das artet echt in Arbeit aus. Soll es denn sonst aber werden? Spiel, Speise und Freude. Äh. Äh. Das war jetzt interessant. Ja. Ich hab die eine Pille angeschaut, ob ich sie richtig platziert hab. Während die andere oben schon so ungefähr zwei Blöcke nach unten ist. und dann denk ich mir, ach, die Pille fällt ja schon. Hm. Vielleicht sollte ich was machen. Es geht alles immer nur so Stück für Stück. Im Ganzen kann's auch nicht schlecht gehen. Ha? Im Ganzen glaube ich kann's auch schlecht gehen. Ach, wie läuft's bei dir drüben? Naja, geht schon. Lamsam. Aber sicher? Hm, ja. Das soll. Dung, dung, dung. Okay, Rogen. Ja, damit das Bild nicht wieder ausgeht. Ja, damit das Bild nicht wieder ausgeht. Das muss ich anfangen. Dung, dung, dung. Dung, dung, dung. Dung, dung, dung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020